hallo liebe sportsfreunde willkommen zurück zu einer weiteren episode von enter the gungeon ich bin's wieder euer cyrus und der wird heute mal jemanden anderes nehmen und zwar nehmen wir mal the marine so wir schauen mal ob es vielleicht jetzt was neues gibt man ist ja immer optimist ja was gibt es denn hier so eine lunchbox eine box eine box time angry bullet plus eins bullets fat button das ist anscheinend immer hier so ein thema was es dazu gibt ja also dann gehen wir doch in den ersten floor und hoffen dass wir uns heute mal nicht so anstellen wie sonst immer so ja ja ist ja gut das hastet ja hier völlig aus ja 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 ist sehr gut so gehen wir als erstes hin gehen wir doch um abum da gehts noch weiter aha allein ist er nicht so schwer zu zweit wird schon schiebiger und mit blockner sowieso ein schlüssel sehr gut ach daneben aha die äh 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 sirenen damit können wir zumindestens auf jeden fall das kaminfeuer ausmachen ja mehr positive sachen fallen mir gerade auch nicht ein außer dass man feuer läufeln kann so weiter gehts huppala ah irgendwie bin ich hab ich diese marotte nach jedem gegner nachzuladen echt furchtbar aha da haben wir auch schon den kamin ja gut irgendwo muss man ja mal nachhören heieiei hier gehts ab papers so da oben ist noch einer rene wow 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 komm mal ruhig bleiben sehrgut wieder einer weniger und der kommt freiwillig zu mir und geht jetzt jede Menge bullets hoch noch einer ey wohl Hier geht's ja ganz schön ab So, immer her zu mir Das gab's Asda So, dieses blöde Buch kann mir nichts Die räumen erstmal hier fleißig die Fässer ab So, okay Dann schauen wir mal was es hier so im Shop gibt Da gibt's eine Map, die ist gar nicht so schlecht Was haben wir hier? TableTech Rage TableTech Rage Was haben wir hier? Elder Blank Charm Horn und Charm Bow Wir kommen später einfach nochmal wieder Und schauen einfach mal was wir davon Gebrauchen könnten Es ist zwar wahrscheinlich die Falltür da drin Aber vielleicht gibt's ja auch irgendwie eine Chance Dass da andere Räume drin sind So, noch jemand ohne Fahrschein? Nein So, okay Also hier ist nichts Neues drin Da ist eine Tor Hier tut mir nichts Oh, was haben wir da? TableTech Stun TableTech Stun ist sehr schön Jetzt gefällt mir Ich finde generell also die TableTech Dinge Die sind nicht schlecht Also die ganzen Mechaniken Der Boss Da oben ist noch was Ja, warum bräuchte jetzt nur Tische Ohne ist das Ohne ist das Was war das? Blank Da war ich jetzt zu schnell So, okay Also was holen wir uns jetzt? Holen wir uns die Map Die ganze TableTech Geschichte Die ist zwar schön und ganz gut Wir holen uns die Map Da sehen wir nämlich auch Ob noch irgendwo Aha Nämlich da oben Da ist ein Blank drin Und noch irgendwas anderes Und ein Herz natürlich Jetzt sehen wir nämlich auch schön Eine Kiste Die Geheimgänge Mal schauen, ob man da irgendwas erkennt von hier Ne, sieht nicht so aus, ne? Hm Äh 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 Wie? Ich auf der falschen Seite oder so? Ah, Tatsache Na ja, das war jetzt teuer Oh ja, aber Fett Zaster Oh ja, aber Und die Wind Up Gun Die gefällt mir ja doch ziemlich gut Nehmen wir jetzt noch irgendwas hier davon Ne, wir, wir sparen den Zaster mal Und versuchen uns mal Gegen den ersten Boss Aha Der Vogel So, haben wir ja schon mal seinen, äh Seinen komischen, äh, äh Dina Ach, verdammt Na, das, also mit Floorless wird's nix Ah Und And Ich warte Das ist Du, 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 du Ich warte dir, du, 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 du Das hätte aber ganz gut geklappt, fast So, ist jetzt, also geht doch Ach ja, schade Na ja, man kann nicht alles haben Aber man kann eine neue Shot grab Aha, okay, interessant So, hier geht es nur weiter runter Wie immer, weiß auch nicht warum das jetzt für mich so eine Überraschung ist Ja, hier gibt es also nichts mehr zu tun Dann gehen wir weiter, würde ich sagen Ich trinke mal einen Schluck Verzeihung Und weiter geht es 80 Ocken, aber das ist ganz gut Kann man immer brauchen Den werden wir mal auf jeden Fall Den werden wir mal auf jeden Fall Ist gar nicht so schlecht das Ding Ach man, jetzt bin ich mir zu sicher gewesen Okay, ich nehme jetzt erstmal wieder meine gute alte Pistole Und weiter sehen Oh, so einer Unten auch Okay Genügend Deckung geht das eigentlich Oh, hier, gestunnt Aber dann ist sie Ach, das ist blöd Verdammt Ich hasse diese Brüder Ach Hey, was ist da los Ach je Mann, Mann, Mann Stirb Natürlich geht es weiter Ich hätte rollen sollen Rollen sollen Ja, in dem Sinne Ah, wir haben RPG Jetzt kommt alles das, was ich gekauft habe Also nur die RPG Ja, ähm Diesmal war es sehr kurz Noch eins lohnt sich fast gar nicht In diesem Sinne sage ich auch schon wieder Auf Wiedersehen Macht's gut, macht's besser Und bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen Und bis zum nächsten Mal